Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. Ich begrüße euch einmal mehr zu einem weiteren Part mit Michael, Hank, Rose, Colin, Rott... Wie die Krankenschwester in der Klinik heißt, weiß ich immer noch nicht. Oder... äh... ich wusste das mal. Ne, ich hab's vergessen. Ich weiß nur noch, dass es die Tochter des Mannes ist, dem wir ins Haus geholfen haben. Na gut, sei's drum. Wir haben ganz andere Sorgen. Zum Beispiel, dass ich blind bin. Ne, vielen Dank, äh, Candy und Ignatie hier für den Hinweis. Ähm, was das Geräusch auf dem Dach betrifft, ja. Da hat der eine Vogel den anderen tatsächlich nicht gesehen. Wahnsinn. Muss aber auch sagen, ja, ganz kurz, ähm, Frühling, Sommer sind hier unglaublich scheiße aufzunehmen. Also zu Let's Playen, da ich tatsächlich, das ging nicht anders. Ich hab das Küchenfenster direkt in meinem Rücken, äh, ist noch dazu die Westseite. Das heißt, wenn ich da nachmittags dann aufnehme, oder so, ja, Frühnachmittag, wann ist die Sonne natürlich schon rübergewandert und knallt richtig schön durch dieses Fenster rein, auf meinem Bildschirm. Äh, das heißt, das ist dann wirklich, wirklich schwierig, da teilweise kleine Sachen oder kleinere Sachen zu erkennen. Aber es soll keine Ausrede sein, ich hätte es wahrscheinlich auch so nicht gesehen. Okay, wir wollen mal weiterspielen. Wir haben ja mit Michael, glaube ich, soll ich sagen, wir sind wohl über unsere eigene Türschwelle gestolpert. Würde ich mal annehmen. Wir haben unsere eigene Wohnung gefunden, glaube ich. Ähm, jetzt geht es wohl darum, wie kommen wir da rein. Ich habe ja angemerkt, dass ich glaube, dass Rose unseren Wohnungsschlüssel hat. Denn sie meinte noch, ich habe es schon wieder vergessen, das steht in den Notizen, dass sie den Schlüssel zur Schatzkiste unserer Träume hat oder so. Und ich glaube, dass damit der Wohnungsschlüssel gemeint ist, dass wir da rein müssen. Dort könnte vielleicht irgendwo ein Handy, eine Kamera, whatever rumliegen. Und, äh, wir könnten dann verhängt dieses Bild, äh, knipsen von dem Benzinlager. Er würde dann die Familie ablenken, damit wir mit Colin sprechen. Und so, naja, ihr kennt euch aus. Ähm, nur zwei Fragen. Wie kriege ich den Schlüssel von Rose, da wir ja mittlerweile oder bislang nur die Wiege haben, ne? Aber noch kein Kind, also, äh, keine Puppe. Und zum Zweiten, warum hat Rose überhaupt unseren Wohnungsschlüssel, wenn es denn so ist? Und dann kam mir so ein ganz erschreckender Gedanke, was, wenn Rose unsere Tochter ist? Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wie alt die ist, genau. Ich glaube, das wurde auch nie erwähnt. Ähm, aber theoretisch wäre es doch möglich. Wahrscheinlich. Das fände ich schon ziemlich krass. Aber gut, will sich vielleicht rausstellen. Ähm, ich gehe jetzt mal zurück. Ja, wo gehe ich überhaupt hin? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist es nicht an der Zeit, zurück zu deinem Nest zu gehen, Ratte? Oh, sag mal. Dieser ignorante Bastard fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Ja, ich sollte echt los. Aber sag mal, wie lief denn die Jagd? Waren die Katzen zu schnell für dich? Du solltest besser gehen. Es ist keine gute Idee, meinen Partner noch wütender zu machen. Nicht heute. Halt deine Klappe, Ratte! Au! Au! Jetzt wird dich lehren, mich mit mehr Respekt zu behandeln. Ich werde dir das dumme Grinsen aus dem Gesicht wischen. Autsch! Das ist die einzige Sprache, die ihr verdammten Drecksacke versteht. Au! Jetzt wirst du mich mit Respekt behandeln, oder? Komm schon, lass ihn in Ruhe. Du bringst ihn noch um. Er ist immer noch ein Spitzel. Und das ist nur in unserem Interesse, ihn leben zu lassen. Lass uns von hier verschwinden. Fürs Erste bist du in Sicherheit. Aber ich habe ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Eines Tages bringe ich zu Ende, was ich angefangen habe, Ratte. Das schwöre ich. Du dreckiges A... Au! Okay. Also, wohin ich die nächste Rechnung für den Zahnarzt schicke, das weiß ich jetzt auch schon. Au! Ah, so richtig schön mit... Ich meine, ja, ich habe es schon gesehen. Keine Sorge, hier. Es hatte auch sein gutes. Zahn gegen Taschenlampe. Wahrscheinlich in den Zeiten sogar ein guter Tausch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber das merke ich mir auch. Und dein Gesicht muss ich mir nicht mehr merken, ja? Deine Stimme reicht schon. Und dein Rumgefuchtel mit den Fäusten oder mit deiner Faust oder was auch immer, ey. Du siehst aus wie ein Clown. Ganz ehrlich. Ja, ich merke mir das. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Heißt es auch so schön. Na? Nun gut. Dann wollen wir mal... Das Schwein muss die Taschenlampe fallen gelassen haben, nachdem er mich geschlagen hat. Und sie dann vergessen haben. Ja. Zum Glück. Dann mal her damit. Jetzt habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt Tank schon spielt. Danke, 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 danke. Da war doch was, ne? Gulli-Deckel. Zu dunkel. Wir kommen... Ich gehe da nicht rein. Okay. Ach, das finde ich aber gut. Es ist ja tatsächlich so ein Adventure, also so ein Point-and-Click-Adventures. Egal was du findest, ja, es fehlt dieses, es fehlt jenes, das brauchst du noch und dieses brauchst du noch. Es ist echt mal schön, wirklich einen Gegenstand zu finden. Ach, der funktioniert, Batterien sind drin. Super. Ich freue mich. Ähm, ja, wie gesagt, das war es wert. Behaupte ich. Glaube ich. So. Okay, jetzt aber. Aua. Wobei, eigentlich... Okay. Ja, tut mir leid, ich muss doch nochmal ganz kurz, ähm, hier rein. Wo war denn das jetzt hier? Das Wohnhaus, ne? Genau. Ich will ne... Ich habe vergessen, es tut mir leid, es ist einfach auch schon eine ganze Weile her. Ich habe vergessen, äh, welcher Name hier steht, also ob auch der Nachname draufsteht. Sie ist in dem Gebäude, zu dem mich die Stimme geführt hat und von dem aus das Foto des Parks aufgenommen wurde, das mir so vertraut vorkommt. Verdammt, ich muss in diese Wohnung kommen, um das herauszufinden. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich vor meiner eigenen Wohnungstür stehe. Ja, toll. Hätte ich das mal gemacht, hätte ich mir eineinhalb Minuten Monolog gespart. Super. Aber hier steht doch... An der Wand neben der Tür ist ein Schild angebracht. Michael Argent, Fotograf. Ich kann's nicht glauben. Das ist die Wohnung von jemandem namens Michael. Eine Wohnung über dem Beachwood Oracle Boot. Das kann doch kein Zufall. Es ist schwer zu meiner eigenen... Ja, 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 hatten wir doch schon, hatten wir doch schon. Argent. Okay, ich wusste nämlich den Nachnamen nicht mehr und den wollte ich jetzt ehrlich gesagt noch, ähm... Wie komme ich denn jetzt wieder raus hier? Äh... Ah, hier. Okay. Okay. Argent. Michael Argent. Okay. Alles klar. Das wollte ich nur noch mal hören. So. Ja, eigentlich wollte ich jetzt Rose, aber wenn wir jetzt schon die Taschenlampe förmlich ins Gesicht geschlagen bekommen haben... Versuche ich mich natürlich mal als Kanalratte. Ich meine, wir werden ja auch die ganze Zeit als Ratte beschimpft. Also was passt besser als hier auch rum zu... Ja gut, ich hoffe mal, die macht er automatisch an jetzt. Na los. Moment. Ich werde nicht weiter runtersteigen. Es ist absolut finster da drin. Es wäre Wahnsinn, ohne Licht in diese Kanalisation hinabzusteigen. Du willst mich doch verarschen. Mach doch die scheiß Taschenlampe an. Das kannst du doch selbst, oder nicht? Muss ich das kombinieren jetzt mit dem Kanaldeckel, oder wie? Mein Gott. Okay. Dann mal los. Natürlich. Point-and-Click-Adventures. Ich mach die Taschenlampe an, bevor ich weitergehe. Ich bitte darum. Verdammt. Diese Tunnel sind ein wahres Labyrinth. Und ich fürchte, das GPS-Gerät der Reinigungsbrigaden zeigt nur den oberirdischen Teil der Stadt. Es gibt keinen Hinweis auf die Kanalisation in den Auktionen. Ich sollte besser umkehren, bevor ich mich verlaufe. Nein. Das könnte ziemlich gefährlich werden. Nein. Ist doch egal. Ach, komm. Oh, Michael. Du. Kann ich das als Wollfaden? Kennt ihr das? Kennt ihr doch sicher, oder so? Labyrinth. Äh, war das nicht sogar bei... Ach, wie hieß er denn jetzt? Bin ich jetzt bescheuert? Minotaurus-Labyrinth? Ey, ich bin grad... Oh mein Gott, ich steh grad so auf der Leitung. Aber ich denke, ihr wisst, wen ich meine. Der hat das doch auch so gemacht, oder nicht? Hat er nicht auch, ähm... ...nen Faden befestigt? Und ist dann ins Labyrinth? Also, damit er halt wieder zurückfindet, ne? Mir fällt jetzt nicht... Ne. Ne, ist weg. Liegt total auf der Zunge, ist runtergefallen. Kennt ihr ja, ne? Also, hoffe ich mal. Das ist mir da nicht selbst... Ne, mir fällt's nicht mehr ein. Ja, leck mich doch am Arsch. Äh, sorry. Okay, das hat also nicht funktioniert. Ähm. Meint ihr, dass vielleicht die Krankenschwester einen Plan von der Kanalisation hat? Ich meine, immerhin, unterirdisch ist die Klinik ja auch, mehr oder weniger. Ob das eine Option wäre? Ich versuch's mal ganz kurz. Ich versuch's mal. Ich glaub's zwar jetzt auch nicht unbedingt, aber... Pfff... Außerdem war nicht hier auch noch irgendwas? Äh. Moment mal. Hä? Es ging doch da runter, oder nicht? Nein, geh weg. Also das nervt mich echt, das Feature. Was ich jetzt sagen. Ach, da die Luke, mein Gott. So. Ja, da kann ich doch jetzt rein. Dunkler Raum. Hallo. Da. Dann wollen wir mal sehen, was sich in diesem Raum verbirgt, wenn wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Jawohl. Ja, wenigstens etwas. Ach, das ist eine Schalttafel. Ach, das ist ein Wartungsraum. Okay. Eine dieser Schalttafeln, die die unterschiedlichen Beleuchtungen im Gebäude regeln. Die meisten Sicherungen sind durchgebrannt oder wurden herausgerissen. Bis auf eine. Brauch ich irgendwo eine Sicherung? Boah, diese langen Pausen zwischen den Parts. Ich muss das schneller aufnehmen. Ehrlich wahr. Es ist furchtbar. Man vergisst so viel, wenn man das nicht am Stück aufnimmt oder zumindest hier alle zwei, drei Tage. Okay. Ich lege mal den Schalter für den einzigen Stromkreis um, der nicht durchgebrannt ist. Ich glaube, ich kann das Summen von Elektrizität von der Oberfläche hören. War da jetzt irgend... War da oben... Boah, ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid. Es tut mir ehrlich leid. Kann ich das wieder abstellen oder was? Ich habe die Sicherung wieder ausgeschaltet, die ich vorher an der Schalttafel aktiviert hatte. Okay. Ja, stell mal an. So. Auch wenn ich jetzt gerade nicht so unbedingt weiß, warum... Wofür? Gab es irgendwo Strombedarf? Mal blöd gefragt. Hm. Okay. Ach. Ach, Uma. Okay, Uma. Gut. Hallo, Uma. Äh, nee. Uma, ich sollte jetzt gehen. Rede mit meinem Vater, Michael. Sag ihm, dass es mir gut geht. Dass er sich keine Sorgen machen soll. Und dass wir uns bald sehen werden. Sehr bald. Ja, das habe ich, glaube ich, schon fünfmal versucht. Oder noch öfter. Ich weiß es nicht. Hm. Hm. Na gut. Das wunderbare. Summen. Hm. Aber ich frage mich gerade echt... Boah, ich weiß es nicht mehr. Okay, also da können wir nicht rein. Das heißt, ich werde wohl jetzt tatsächlich mal wieder ins Lager zurückgehen. Ich werde nochmal kurz zur Tür gehen. Vielleicht kann ich jetzt mit dem sprechen. Aber es wäre sehr merkwürdig. Um es mal so zu sagen. Dieses Haus hat schon einen Besitzer. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Vielleicht das Kellerfenster. Nee. Wird mir gar nicht angezeigt. Na gut. Ich bin total im Überlegen. Aber da war doch irgendwas mit Strom. Wo was wir... Boah. Und wenn ja, wo? Okay, ja gut. Ist immer noch zu. Kann ich hier aber trotzdem mal reingucken. Das wäre super. Ja, okay. Unverändert. Die Keksdose. Ja, ähm. Melanie, du meintest ja, dass vielleicht Colin noch eine Puppe hätte, ne? Das will ich mal hoffen. Aber wir haben ja immer noch das Problem. Eigentlich bräuchten wir ja die Puppe jetzt schon, um an den Schlüssel zu gelangen. Vielleicht kann ich ja mit Rose so eine Art Deal aushandeln. Hier, dein Baby bringe ich in 30 Tagen. Hier kriegst du mal die Wiege. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt trotzdem mal... Ich gehe jetzt trotzdem mal zu Rose. Ja, vor allem hier bringt mir die Stromversorgung vom Krankenhaus ja überhaupt nichts. Behaupte ich mal. Aber was bringt sie mir ja im Krankenhaus? Hm. Was habe ich denn? Brecheisen habe ich immer noch. Ach, und ich behaupte, dass ich versucht habe, mit dem Brecheisen die Kette und das Schloss zu öffnen. In Anführungszeichen. Ich bilde mir ein, ich habe das versucht. Ach, Rose. So, dann kriegst du jetzt mal... Dann kriegst... Ja, das kannst du gut. Aber ich habe echt so ein bisschen die Befürchtung, dass... Also was heißt die Befürchtung, aber ich... Ich habe echt den Gedanken oder die Theorie, dass das unsere Tochter ist. Dass die halt alles verdrängt hat. Das würde auch irgendwo... Was heißt erklären, aber es wäre für mich auch ein Anhalts... Oder ist ein Anhaltspunkt, dass sie ja sagt, also unsere Stimme mag sie. Das hat sie mal gesagt. Okay. Danke, Herr Schlafmütze. Die Wiege ist genauso wie die auf dem Bild. Jetzt kann ich mein Baby in den Schlaf wiegen und ihm vorsingen. Aber jetzt musst du mein Baby für mich finden. Ich werde dir das Geheimnis nicht verraten, wenn du mir nicht das Baby bringst. Bring mir meinen kleinen Jungen, Herr Schlafmütze. Okay. Keine Sorge, Rose. Das werde ich tun. Ja, wenn sie mir jetzt noch... Ach, Moment mal. Ja, aber gut. Ja, gut. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Also selbst wenn das Feuer schon seit 5 Stunden brennt. Im Spiel brennt es wahrscheinlich seit... 10 Sekunden. Also bei Rod's Wohnwagen. Weil ich hier gerade sehe, Wassertank. Du willst uns heute in den Wahnsinn treiben, stimmt's? Ja. Weg von dem Tank oder wir stecken dich da rein und schweißen den Deckel zu. Ist das klar? Vollkommen klar. Ich halte mich davon fern. Ich brate nur ein bisschen Wasser. Na gut, was heißt nur ein bisschen Wasser? Ich glaube, zu der Zeit ist Wasser wahnsinnig wertvoll. Ach, scheiße. Gab es noch irgendwo... Gab es noch irgendwo Wasser? Ach, hier, äh, die Fässer. Stehen die noch rum? Das haben wir doch ausgeschüttet einfach, oder? Versuch's zwar trotzdem mal. Ich sehe keinen Grund dafür, das in den Eimer tun zu wollen. Ich weiß nicht mehr genau, was das jetzt wirklich ist. Ist das jetzt Alkohol? Ist das jetzt einfach nur eine Brühe? I don't know. Ach, Moment mal. Es gab doch noch... Da, wo der Priester lag. Also, wo er reingestolpert ist. Gab's denn nicht auch Wasser? Nee, oder? Naja, so eine dunkle Brühe. Theoretisch. Äh, ja, ja, nee, hier. Okay, ich werde den Eimer dafür benutzen, wofür er gedacht war, um ihn mit Wasser zu füllen. Bevor ich runterklettere, lasse ich die schwersten Sachen besser hier, falls das Seil mein Gewicht nicht aushält. Mach das. Ja gut, du bist ja... Du wiegst ja jetzt einen Zahn weniger. Platsch. Jawoll, okay. Ja, dann bitte raus. Meint, liegt da der Priester jetzt eigentlich noch, oder? Nee, den haben sie rausgeschafft, oder? Hm. Also, ich sehe ihn zumindest nicht mehr. Gut. Wir haben Wasser. Dann hoffe ich jetzt mal, dass wir das Feuer löschen können und die Puppe durch wundersame Weise äh, noch intakt ist. Dann mal los. Vielleicht kann ich noch etwas aus dem Feuer retten. Jetzt, wo das Feuer aus ist, muss ich den rostigen Eimer nicht mehr mit mir herumtragen. Ich werde ihn wegwerfen. Ja. Bei Resident Evil wäre es ein Schlüssel gewesen. Dann schauen wir mal, wollte ich sagen. Eine verkohlte Puppe schaut aus dem Chaos hervor. Ja, ein bisschen Schminke, ein bisschen Farbe. Dann geht das schon wieder. Es läuft mir kalt über den Rücken, wenn ich daran denke, dass dieses Stück Plastik einmal Colin gehört hat. Ein schrecklicher Anblick. Na ja. Vor dem Feuer war es ja nicht so hässlich oder so. Achso, nee. Sonst noch was? Nee, das war es ja schon, oder? Verbrannte Reste von Kleidung, Büchern und Spielzeug. Das ist alles, was Rods Feuer übrig gelassen hat. Ja, was halt noch so ein bisschen fehlt, sind Haare. Vielleicht kann ich hier... Ich glaube, es würde nichts bringen, das Kabel daran anzuschließen. Ja, es geht nichts ums Anschließen. Ich dachte, dann nimmst du das vielleicht als Haarsatz oder so. Wie gesagt, Point and Click, ne? Ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht... Vielleicht reicht dir das ja auch schon. Wir versuchen es mal. Ich meine, sie will ihr Kind ja auch pflegen und behüten und ja, dann waschen und so. Das kriegt ihr wieder hin. Hoffe ich mal. Wir gucken. Es wäre schön, wenn das jetzt funktionieren würde. Ich bin jetzt schon ein bisschen gespannt, was das... ...viele Geheimnis ist. Ich bin nicht stolz auf das, was ich jetzt tun werde, aber... Ich muss herausfinden, was dieses Geheimnis ist, was Rose vor mir hütet. Und wenn sie ihr Baby will, werde ich ihr ihr Baby zurückgeben. Ich hab dir dein Baby gebracht, Rose. Hast du mein Baby mitgebracht? Hast du ihn mitgebracht? Vielen Dank, Herr Schlafmütze. Du hast dein Wort gehalten. Du hast mir mein Baby gebracht. Jetzt musst du mir das Geheimnis verraten. Du hast es versprochen. Ich hab dir gegeben, was du gesucht hast. Ja, unser Geheimnis. Ich habe etwas, was dir gehört, Herr Schlafmütze. Der Schlüssel zur Schatztruhe deiner Träume. Und jetzt gehört er wieder dir. Aber das ist ja ein echter Schlüssel. Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in deiner Jacke gefunden, als Rod und seine Frau mir deine Kleidung gegeben haben. Als ich heimgekommen bin, fiel der Schlüssel auf den Boden und hat geklimpert. Ich hatte gerade gesehen, wie du in ihrem Wohnwagen wie ein Stein geschlafen hast. Und da habe ich verstanden, dass es der Schlüssel zu der Schatztruhe war, in der du deine Träume aufbewahrst. Weil du gerne träumst. Das tust du doch. Natürlich tust du das. Deswegen heißt du ja auch Herr Schlafmütze. Der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet? Danke für deine Hilfe, Rose. Pass gut auf deinen Sohn auf. Ich sollte jetzt gehen. Nein, bitte. Geh nicht. Lass mich nicht her. Jetzt, wo ich mein Baby gefunden habe, muss ich weit weg von hier gehen. Ich muss aus dem verfluchten Schloss entkommen. Wenn du gehst, werden mehr Männer kommen und mir wehtun. Und dann werden sie mich wieder im Dunkeln einschließen. Und ich ertrage die Dunkelheit nicht. Im Dunkeln kommen die Soldaten zurück und nehmen mich mit. Und jetzt werden sie auch meinem Baby wehtun. Der Jäger hat sich klar ausgedrückt. Ich soll mich nicht in seine Angelegenheiten einmischen. Oder ich werde teuer dafür bezahlen. Es tut mir leid, Rose. Ich kann dir nicht helfen. Herr Schlafmütze, ich ertrage es nicht mehr. Lass nicht zu, dass sie mich wieder anfassen. Bitte hilf mir. Du musst mich hier rausholen. Wieder Ritter in den Geschichten. Du bist mein Ritter und ich bin deine Prinzessin. Ich ertrage das nicht. Täter und Opfer. Mehr hat die neue Welt nicht zu bieten. Und ich? Wer war ich vor der großen Welle? Verdammt. Ich kann das arme Mädchen nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Ich muss etwas tun, um sie zu retten. Auch wenn ich noch nicht weiß, was. Ich werde dir helfen, Rose. Ich helfe dir, hier herauszukommen. Danke, Herr Schlafmütze. Versprichst du es? Wirst du mein Ritter in strahlender Rüstung sein? Ja. Finde ich gut. Ich wollte schon wieder losmeckern. Also er meinte so, ja, ich kann dir nicht helfen. Da wollte ich schon wieder meckern. Von wegen, ja, hallo, darf das vielleicht meine Entscheidung sein? Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt sollte ich auch entscheiden dürfen, können. Ob ich das möchte oder nicht. Ich meine, für mich stellt sich die Frage nicht, aber es soll ja auch Menschen geben, die wahrscheinlich jetzt denken, oh, du bist mir sowas von wurscht. Ähm. Na, ich holte jetzt den Schlüssel mal kurz. Was ist denn das für ein Anhänger? Ein Kreuz? Nee. Es ist etwas, das dir vor der großen Welle gehört hat, hat Rose gesagt. Der Schlüssel, der die Schatztruhe deiner Träume eröffnet. Ja, ja, dass das der Haus, der Wohnungsschlüssel ist, ist schon klar. Ähm. Irgendwas haben wir auch ins Notizbuch gekritzelt. Aber ich weiß jetzt nicht, wo. Chris? Ah, nee. Ah, hier. Hol mich hier raus, Michael, hat Rose mich gebeten. Jemand muss etwas für sie tun, bevor es zu spät ist. Ja, sehr gerne. Aber ich weiß tatsächlich nicht, was. Ich würde ja gerne Hank irgendwie bezahlen oder erpressen. Erpressen. Erpressen oder so, aber ich wüsste jetzt nicht, wie oder womit. Ich könnte ihm das Brecher jetzt über den Schädel ziehen. Ob das jetzt so eine Diskussionsgrundlage ist, ist eine andere Frage. Kann ich da aber jetzt trotzdem noch jederzeit rein, oder? Okay, gut. Passt. Na, wenigstens hat Rose ihr Baby wieder. Und ja, das mit unserer eigenen Tochter hat sich wohl zerschlagen damit. Also sie hat erklärt, wo sie den Schlüssel gefunden hat. Okay. 26 Minuten. Mach ich noch oder hör ich auf? Wäre fast gemein, ne? Ach komm, ich, ich, ne. So fies bin ich nicht. Ich heiße ja nicht Synovia zum Beispiel. Na. Ich zeige euch jetzt schon. Ich will sie auch selbst wissen, ehrlich gesagt. Und dann wieder zwei Wochen warten. Ne. Ich will jetzt wissen, was da in unserer Wohnung zu finden ist. Oh, ich bin total aufgeregt. Mal sehen, ob mein Gefühl stimmt. Ja. Der Schlüssel, der die Schatztruhe meiner Träume öffnet, ist in Wirklichkeit ein Schlüssel, der Michael Argent gehört. Einem Fotografen. Der Schlüssel zu meiner eigenen Wohnung. Hm. Nun denn. Tritt ein. Bring Glück herein. Oh. Oh. Okay. Äh. Puh. Was haben wir denn hier alles? Fotohintergrund. Beleuchtung. Okay. Okay. Der Reihe nach. Das ist die Leinwand, die ich bei meinen Fotoaufträgen in meiner Wohnung als Hintergrund benutzt habe. Sie hängt von dem Holzbalken und wird von Schrauben festgehalten. Okay. Die kann ich jetzt nehmen oder wie. Ich muss vorher die Schrauben lösen, sonst zerreißt die Leinwand. Naja, aber das Bisschen da oben ist doch... Naja. Achso, ich habe ja... Äh, ja. Puh. Womit denn? Also Brechheisen, äh, Schrauben, glaube ich jetzt sicher weniger. Auf die Schrauben einzuschlagen, die die Plane festhalten, wird sie auch nicht lockern. Naja. Ja, ich meine... Ein Versuch und so, ne? Aber gut, dann wohl nicht. Hm. Wer auch immer dieses Gebäude entworfen hat, hat sich keine große Mühe gegeben, die Konstruktion zu verbergen. Hier sind überall Säulen und Holzbalken. Eine Reihe kleiner Schrauben hält die weiße Leinwand fest, die von diesem Balken herabhängt. Mhm. Okay. Oh, eine Spieluhr. Eine leere Flasche. Ach stimmt, wir haben ja gesoffen. Also wenn wir es denn... Ja, wir waren es doch, glaube ich, in den Zwischensequenzen, in den wenigen. Die Außenseite dieses Schranks ist mit Fotos bedeckt, die aus Magazinen und Zeitungen ausgeschnitten wurden. In dieser winzigen Wohnung wirkt er riesig. Naja, das stimmt. Ich dachte erst... Ich habe gar nicht gesehen, dass das ein Schrank ist. Ich dachte, das wäre so eine... Collage, also so eine Pinnwand mit Fotos. Das ist tatsächlich ein Schrank. Ja. Und auch unglaublich gefüllt. Na, die Kamera. Wow. Das ist ein klassisches Modell dieser berühmten Marke von Sofortbildkameras, die da auf einem der Regale ein Leben als Staubfänger fristet. Bestes Anti-Product-Placement ever. dieser Bekannten. Ah, super. Ah, cool. Hattet ihr sowas mal? Oder habt ihr sowas vielleicht sogar noch? Ich hatte sowas tatsächlich mal. Ewig her? Puh. Na, was heißt ewig? Wie lange ist das her? Zehn Jahre? Ah, nee. Länger. Zwölf. Dreizehn. Nee, noch länger eigentlich. Quatsch. Was sage ich denn? 1999 müsste ich die... 17... Boah, ist das lange her. Okay. Ein etwas antiquiertes Modell einer Sofortbildkamera. Trotz ihres Aussehens scheint sie noch zu funktionieren. Es gibt nur ein Problem. Es ist kein Film eingelegt. Oh. Okay, jetzt haben wir wieder den Klassiker. Ja, tut mir leid, dass ich da gerade ein bisschen abgeschweift bin. Ich... Wenn mich irgendwas an meine Kindheit oder meine Jugend erinnert, da komme ich schon mal ins Labern. So. Das muss die Ecke sein, in der ich meine einfachsten Fotoaufträge erledigt habe. Eine weiße Leinwand als Hintergrund und diese zwei kaputten Lampen als Beleuchtung. Ist das heute eigentlich auch noch so? Ich war schon ewig nicht mehr in so einem Fotostudio. Hier so von wegen Passbilder, aber die werden doch hier mit Biometre, die werden doch jetzt schon ganz anders gemacht, oder? Keine Ahnung. Also, ich brauche immer wieder einen Reisepass. Ich kenne das halt echt noch so mit dieser weißen Dingens. Hier ein kleiner Hocker draufgesessen und ja, blöd in die Kamera. Ach, man darf ja auch gar nicht mehr lachen auf Passbildern und Perso-Dingens und so. Das ist exakt derselbe Blick auf den Park und die Statue, der in dem Foto auf dem Poster festgehalten wurde. Kein Zweifel, das muss einer meiner leichtesten und einträglichsten Aufträge gewesen sein. Ich habe ihn erledigen können, ohne auch nur das Haus zu verlassen. Ach, dann haben wir tatsächlich wieder das. Okay. Alles klar. So, hier in der Ecke dürften wir eigentlich mehr oder weniger alles haben. Ja, Foto-Hintergrund kann ich ja nicht nehmen. Kann ich den wieder schließen, bitte? Das irritiert mich. Danke. Na gut, dann zur Spieluhr. Es scheint, als würde der Rand eines Fotos aus dieser alten Spieluhr hervorschauen. Ah, okay. Na dann, mach mal auf, das gute Stück. Unmöglich. Das bin ich. Dieses Foto. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an dieses Foto. Bitte, Michael, hilf uns. Nur du schaffst es. Und diese Frau ist, das ist Emily. Sie ist meine Frau. Oh. Jetzt erinnere ich mich an sie. Die Stimme, die die ganze Zeit schon mit mir gesprochen hat. Emily. Ich liebe dich, Michael. Und hiermit erkläre ich euch. Verlass mich nie. Das werde ich nicht. Ich muss dir etwas sagen, Michael. Bist du, bist du wirklich? Ja. Die Dinge laufen gerade nicht so gut, das weißt du. Das geht schon vorbei. Du wirst sehen. Es ist alles deine Schuld. Du musst damit aufhören, Michael. Es zerstört uns beide. Ich habe Angst vor dir. Sei still. Sei still. Das wird schon wieder. Erinnerst du dich an den Urlaub am Strand, als wir uns kennengelernt haben? Alles wird wieder so sein, wie es war. Versprich es mir. Ich verspreche es. Emily, was hat das alles zu bedeuten? Wo bist du? Wie kann ich dich finden? Was sollen diese Botschaften von dir ständig in meinem Kopf? Ich habe den Verstand verloren. Ich habe den Verstand verloren. Das ist die einzige logische Erklärung. Oh, Emily. Meine arme Emily. Verdammt. Wo bist du? Wie kann ich dich finden? Also echt schön inszeniert, muss ich sagen. Also jetzt nicht der Ausgang, also was da abgelaufen ist, aber einfach wirklich so mit der Spieluhr und gefällt mir. Das Einzige, was ich ja schon des Öfteren bekrittelt habe und jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Ich hoffe, ich sehe das in der Audiospur. Die Tonartmischung. Also diese Zwischensequenzen sind so unfassbar leise. Man hört die kaum reden. Also selbst, ich habe hier wirklich jetzt alles auf 100% maximalen Anschlag von der Lautstärke und ich habe es kaum hören können. Ich hoffe, ich vergesse auch nicht das dann lauter zu. Naja. Emily. Okay. Es wird alles wieder so sein. Meint ihr, dass er sich vielleicht freiwillig dazu bereit erklärt hat? Selina, du hast ja auch schon relativ früh so von wegen Zeitreisen und dergleichen, dass das halt irgendwie durch Wissenschaft möglich wurde und dass er das halt deshalb machen wollte, weil die Ehe in die Brüche ging, mehr oder weniger. Ich meine, man hat ja gesehen, sie hat ihn angefläht, er soll aufhören, wahrscheinlich zu trinken vor allem. Ich könnte mir auch vorstellen, dass hier, man hat den Schwangerschaftstest ja gesehen im Positiven, dass vielleicht das Baby, dass irgendwas passiert ist, dass, ja, Vielgeburt oder so, man weiß es nicht und dass er halt darin eine Möglichkeit gesehen hätte, alles wieder so sein zu lassen, wie es vorher war. Also in der Zeit, in der sie halt noch glücklich waren und so. Ich weiß es nicht, aber cool, endlich, ich dachte ja, ja, aber wer ist dann Sarah und Chris? Sind das irgendwelche Freunde oder so? Hm, sehr merkwürdig. Ich sollte aufhören. 35 Minuten. Ich sollte nicht so viel labern, dann wäre ich auch schneller. Bei dieser traurigen Musik stellen sich mir die Nackenhaare auf. Emilys traurige Stimme scheint in jeder Note mitzuschwingen. Verdammt. Wo bist du? Wie kann ich dich finden? Hm. Das ist echt schön. Erinnert mich so ein bisschen an ein Elfenlied. Das Opening. Einzige Angemer, den ich je gesehen habe. Nee, einer von zwei. Echt schön. Echt schön. Ja, meine Lieben, ich würde aber trotzdem sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich werde hier speichern und dann beim nächsten Mal gucken wir uns den Rest noch an. Ein paar Sachen hat sie ja noch und ich hoffe, dass wir natürlich noch ein bisschen mehr erfahren, was Emily betrifft, was die Vergangenheit betrifft, vielleicht auch die Zukunft, je nachdem, man weiß es nicht. Ich kann aber euch jetzt schon versprechen, es wird keine zwei Wochen mehr dauern, wenn ich mich nicht vielleicht sogar jetzt noch gleich an den zweiten Part setze. Weil, offen gesagt, es gibt jetzt auch nichts. Doch, ich meine, ihr könnt ja trotzdem Anmerkungen schreiben, ja, ich werde ja hier eh noch eine Weile in der Wohnung sein, schätze ich, beziehungsweise dann das Foto machen, um Hank zu beweisen, dass wir den Treibstoff haben. Und, ja, also bis dahin komme ich auch selbst quasi klar, aber ihr dürft natürlich trotzdem, oder ihr sollt natürlich trotzdem bitte Anmerkungen schreiben, sollte ich was übersehen haben, vergessen, etc., pp., vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dem Part. Also, mir gefällt das Spiel nach wie vor unglaublich gut. Also, ich finde das für ein Point and Click auch zum Teil sehr, wie soll ich sagen, glaubwürdig ist jetzt vielleicht, sehr erwachsen einfach. Und da rede ich jetzt nicht von Gewalt, sondern einfach auch, wie sich die Gegenstände zum Teil miteinander verhalten. Also, es ist jetzt nicht irgendwo extremst abstrus, wie es in vielen anderen Point and Click Adventures ja ist, dass man, keine Ahnung, Plastiksack mit Flugzeugturbine kombinieren muss, wisst ihr was ich meine? Das ist hier ja eher nicht der Fall. Und, nee, also ich muss auch sagen, die Story gefällt mir unwahrscheinlich gut bislang. naja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr euch auch. Wieder mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei werdet. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.